Oh, das ist mal in Deckung gehen, ja. Oh, oh, oh. So, jetzt mal weg mit dem hier, das Gold, Lugo kümmert sich um den, das Adams, so, den haben wir ja schon mal nicht getroffen. So, jetzt knipst ich den doch nochmal aus, nix gebracht, das gibt's doch nicht. So, weg ist er. Wo? Da hinten. Oh, laden nach. Los, weg mit dem, tschüss. Oh, getroffen. Na, komm mal raus. Tag, den halten wir auch. Ich könnte jetzt mir natürlich einfach das MG schnappen, aber ich trau mich nicht. Kommt da noch so ein Trooper? Oh, toll, danke. Ein Schuss. Super, hammer, geil. So, den haben wir auch. Adams. Aber da kommen noch ein paar. Der ist auch weg. Oh. Oh. Tschüss. 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 Der ist auch weg. Wir brauchen erstmal eine neue Waffe. Oh, 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 oh. So. So. Falt ausgeschaltet. Der ist auch weg. War's das? Gut. Ich glaub, das waren alle. Adams, Walker, hierher, bei! Erstmal Muni sammeln. Tschüss. Brauch deine Muni. Sorry. Ja, ich komm noch schon. Nur kein Stress. Gegner sind erstmal besiegt. Jetzt können wir uns auf jeden Fall wieder Richtung... ...zurück. Und so. Was ist passiert? Na, genial. Der Sand. Du stirbst mir ja nicht, Mann. Du musst dich für deinen Scheiß verantworten. Komm schon. Hör auf, Mann. Er ist tot. Scheiße. Scheiße, was ist das? Eine Karte. Ich schätze Ghouls Einsatzplan. Das ist das Geld, von dem die Rede war. Na und? Ghouls war sogar bereit dafür zu sterben, Logo. Ich finde, das bedeutet ziemlich viel. Nöt. Dann snacken wir uns nie mal. Ist bloß schade, dass jetzt so viele Leute für sterben mussten. Allgemein, dass hier ja alle drauf gehen. Also alles, alles geht irgendwie kaputt. Oh, die Flüsse hinterhauen. Erstmal Muni mitnehmen. Uh, ja, eine RPG. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Am Arsch. Ja. So, haben wir hier noch irgendwo was Schönes? Ich hab wahrscheinlich schon sonst wie viele Geheimdienstinfos übersehen. Weil ich einfach mal hier völlig blind durch die Gegend renne. Cool. So, mach mal hier Sesam, öffne dich. Mal guck dir erstmal, ob offen ist. Okay. Okay. Es ist zum Kotzen. Was meinst du damit? Es sind Menschen gestorben. Nicht nur Soldaten und Zivilisten, auch Ghoul. Unsere beste Chance, hier rauszukommen. Bring dich ab, Lugo. Wir hätten nichts machen können. Komm mir nicht mit Abregen. Wir haben doch keine Ahnung, was wir hier tun. Ja, ganz recht. Wenn du auf Ghoul vertraust, hast du echt keine Ahnung. Mann, mir reicht's mit dem Scheiß. Fick dich. Ich tue wenigstens meinen Job. Du bist doch der, der am liebsten immer abwartet, bis sich die ganze Scheiße von selbst regelt. Meinst du, ich sehe gern Menschen sterben? Meinst du, ich werde da nicht mein Leben lang dran kauen? Hört auf. Schluss jetzt. Aufhören. Alle beide. Scheiße, was ist los mit euch? Wir sind hier mitten in einem Kriegsgebiet und ihr prügelt euch im Dreck wie zwei verdammte Teenager. Ihr seid Delta Operators. Benehmt euch auch so. Echt mal. Also dann. Alles klar? Ja. Ja. Lugo? Ja, klar. So ist fein. So will ich das hören. Gut. Also dann weiter. Ja. Ja. Mann, 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 ey. So viel Sand und keine Buddelförmchen. Unglaublich. Jetzt geht es aber weiter. Ja. So. Ein Mann der Tat. Wo sind wir hier? In Dubai. Gulls Karte liegt das Gate direkt vor uns. Männer der 33. Tief bestürzt berichte ich, dass dieser sinnlose Krieg noch mehr Brüder das Leben noch hat. Oh, hier ist nochmal Muni. Doch, fasst euch. Denn durch ihr Opfer haben sie Agent Gull. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir so viel Muni jetzt gerade in den Arsch gesteckt kriegen. Drum lasst den Mut nicht sinken. Agent Ricks und die Männer der Delta Force. Sie sind die Nächte. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Oh, sind stabile Büsche. Da kommt man nicht drüber. Was denn Scheiß. Nein. Oh. Ich will den Schalldämpfer abmachen. Den könnten wir noch brauchen. Ah, das ist glaube ich so. Ma, ich tricke aber ein C. Den Scheiß. Also ich glaube, die hier ist bis jetzt so meine Lieblingswaffe. Boah, was deine Aussicht war. Kann sich durchaus sehen lassen. Na denn. Attacke. Oh. Ja, Lugo ist so der Gute bei uns. Aber es geht hier halt wirklich ums Überleben. Alles klar. Aber Feuer. Schaue ich mich hier nochmal um. Ob es hier was Schönes gibt. Aber es sieht nicht so aus. Schade. Keine Geheimdienstinfos. Ja, der ist ein bisschen im Sack. Okay, hier ist nichts weiter. Okay, bereit zum Feuern. Ist das ein Befehl? Ja, ist es. Gut. Starte Kamera. Kamera online, Sir. Zielerfassung online. Bereit? Wir werden dazu. Okay. Ah, jetzt kann ich auch. Feuer! Okay. Total uncool. Feuer! jetzt sehe ich nichts mehr so der ist auch weg kommen hier haben wir noch welche htg oh scheiße ja schießt er erst mal nachladen mit übergewertet der ist so mit so viel spaß aber ja okay ist eigentlich verständlich weil ich meine das was wir hier gerade machen ist nicht unbedingt sehr menschlich ja im gegenteil ich glaube das war es also auf geht's setzen wir mal unsere erste bewegung und dann schauen wir mal was uns da erwartet auf jeden fall ziemlich kranke scheiße die hier läuft also ich bin absolut also auf jeden fall ja also ich glaube so sollte das nicht laufen wie kommen wir jetzt hier vorbei hallo gibt es hier einen weg lang wir können nichts für ihn tun ok alter kranker scheiß aua oh man geil also nicht hammergeil ich finde es ziemlich krass gerade weiß gar nicht was ich sagen soll heftig ich habe ich selbst eingebrockt wir wollten helfen was oh 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 nein ja krass alter jetzt haben wir die ganzen Leute auf dem Gewissen oder was übel sind das zivilisten wo kommen die her hier gibt es kein lager die haben sie aus dem nest verschleppt aus dem hotel an der sturmwand nein nein das hier können nicht die entführten zivilisten sein unmöglich zu krass doch sie sind es darum hat guld den laden gestürmt er wollte gar nicht das geld er wollte seine Leute retten das ist deine schuld verdammt hören wir uns auf aber so ist es er wollte es nicht hören wir müssen weiter was hier kommt jeden moment verstärkung an wir müssen weiter aber walker du willst ich sorge dafür dass die schweine büßen für ihre taten also seid ihr dabei oder nicht also da hast du auf jeden fall den rest seines lebens dran zu knauern krass jetzt haben wir die auf dem Gewissen übel weil wir einfach mal dumme Noobs sind tja Lugo hatte doch recht finde ich gerade nicht so schön da vorne blinkt irgendwas hier sind die Dinger da kommen sie da kommen sie Feuer erwidern und vorrücken die steht besser als wir ist mir egal wir nehmen das Geld oh 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 scheiße ich bin mir jetzt auch gerade nicht so sicher ob wir jetzt immer noch die guten oder die bösen erschießen hier war da super da darf mir hier auch noch einer hin da darf mir hier auch noch einer hin dann macht die Augen auf rotflinte im spiel hab einen jetzt haben wir noch ein bisschen Muni schmecken hier wenn wir die anderen hier aufräumen oh wir machen hier eine Vrembo oh oh Adams hast mir gerade tierisch den Arsch gerettet vielen Dank genau weg mit dem okay so was hat denn achso von der Startuhr wahrscheinlich ich würde sagen das ist jetzt ein bisschen sehr strange hier sie können nicht mehr weg erledigt sie ja es wäre natürlich besser wenn das alles hier ein bisschen anders laufen würde ich würde eigentlich auch gar nicht so lange aufnehmen aber das hier schockt mich jetzt schon und ich will unbedingt wissen wie es weitergeht und bleib liegen verdammt oh 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 schreiz mach den weg weg mit dem ach verdammt okay der ist weg ach schon wieder so ein Typ na komm raus okay exekutieren bedeutet Muni ey ich bin wach da haben sie mich erwischt verdammt okay finde ich jetzt nicht so geil aber ich würde auch sagen dass wir hier erstmal die Folge beenden und in der nächsten Folge dann wiedersehen ähm ja auf jeden Fall krass also muss ich erstmal verdauen ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis denne macht's gut und ciao bis zum nächsten Mal